Wir müssen mehr leisten. Das haben Sie ja mit Sicherheit schon mal gehört, dass irgendjemand das mal gesagt haben wird. In Ihrem Umfeld, bei der Arbeit oder eventuell überschneidet sich hier auch beides. Die Frage ist immer bei diesem Streitthema der Leistungskultur, wie sehen hier eigentlich die Fakten aus? Es fallen immer dieselben Worte, wenn es um sowas geht. Es wird gesagt, wir müssen produktiv sein. Es wird gesagt, dass Wohlstand auch erwirtschaftet sein muss. Das übrigens bestreitet so gut wie niemand. Und dann geht es sehr schnell in andere Themen. Wie viel Urlaub machen wir? Wie viele Tage sollten es sein? Wie viele haben die einen? Wie viele nehmen die anderen? Wie viele freie Tage haben? Wie viele Feiertage etc. pp. Es wird Zeit für einen faktischen Blick. Und natürlich wird meistens gesagt, ja, wir sind ja nun Urlaubsweltmeister. Das übrigens ist übrigens, das ist völliger Quatsch. Es wird meistens gesagt, wir brauchen auf jeden Fall weniger Arbeit. Wir brauchen auf jeden Fall weniger Urlaub. Denn mit weniger Urlaub kann man natürlich, kann man logischerweise auch mehr leisten. Also am besten Urlaub auf null. Alles frei verhandelbar. Das hört man übrigens heutzutage gar nicht so selten. In anderen Ländern klappt es ja auch. Zitiert wird übrigens dann die USA. In den USA ist es in der Tat so. Generell, logischerweise werden meistens Urlaubstage angeboten. Je nachdem, in welchem Staat sie dort auch sind. Um und bei 10 ist die Regel. Bei einigen wird es mehr. Mit Alter steigt das Ganze dann meistens auch noch. Wenn sie also länger arbeiten, bekommen sie meistens auch ein bisschen mehr. So und so viele Jahre bei der einen Firma. Dann steigt das Ganze ein bisschen, weil es eben auch frei verhandelbar ist. Aber rein, erstmal rein buchstabengetreu des Gesetzes, haben sie Recht auf null. Und jetzt fragt man sich, hilft das denn? Die USA ist ja eine Weltmacht. Dann müssten ja andere Länder, die null haben, auch extrem gut dastehen. Andere Länder, das ist übrigens gar nicht so einfach, andere Länder zu finden, die null Tage Urlaub garantiert haben. Das sind Länder wie Malawi, Palau, Kinbati, die Marshallinseln, Mikronesien oder Nauru. Oder Nauru, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Man muss jetzt klar sagen, das sind nicht unbedingt wirtschaftliche Weltmächte. Wenn einige übrigens hier sagen, auf der Liste fehlt noch St. Kitts & Nevis. Das stimmt nicht ganz. In St. Kitts & Nevis gab es eine Änderung. Im ersten Jahr dürfen es null sein. Nach dem ersten Jahr mindestens 14 Tage Urlaub. Die große Masse in der Welt bewegt sich irgendwo um und bei 20, 22, 24 Tagen. Und das scheint so der generelle Konsens zu sein. Wenn gesagt wird, ja, also wenn es denn nun mehr wird, dann leistet man ja auch gar nichts mehr. Dann geht das Bruttoinlandsprodukt runter. Und also alle, die nun extrem viel mehr geben, das kann nicht funktionieren. Auch hier wieder faktisch gesehen, Quatsch. In Luxemburg haben wir 32 Tage bei öffentlichen Einrichtungen, 26 bei privaten. Das Ganze steigt dann aber auch hier mit entweder Alter oder Zugehörigkeit bis hin zu teilweise 47 Tagen Urlaub pro Jahr. In Andorra zum Beispiel, die auch extrem wohlhabend sind und sehr klein, weil vorher könnte ja dann der Vorwurf sein, ich habe vorher sehr kleine Staaten zitiert, es sind eben nur kleine, die wenige oder gar keine Urlaubstage haben. Andorra 31 Tage. Und selbst in Ländereien, wo sie glauben, die haben bestimmt Zucht, die wurden groß, weil sie keinen Urlaub machen, die Vereinigten Arabischen Emirate, nicht mal eine Demokratie. 30 Tage Urlaub. Also das heißt ja, die Sache mit dem weniger Urlaub heißt automatisch, man arbeitet mehr und dadurch leistet man mehr. Das ist jetzt zumindest wissenschaftlich gesehen überhaupt nicht haltbar. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, dann mit dem Urlaub, das vertagen wir jetzt mal. Und jetzt können wir darüber sprechen, wie viele Arbeitsstunden haben wir denn. Denn wenn wir jetzt sagen, ordentlich viele Stunden schrubben, das wird ja nun ordentlich auch an Leistung bringen. Und das wird übrigens statistisch festgehalten. Wie viele Stunden arbeiten eigentlich einige Nationen pro Jahr und wie viele arbeiten andere? Und hier auf der ganzen Liste weltweit führen mit 2.455 Stunden sind, und jetzt werden sie wahrscheinlich tippen, ja, das ist bestimmt China. Nein, sind die USA, sind es auch nicht. Das ist Kambodscha. Gefolgt von 2.437 mit Myanmar und 2.255 pro Jahr mit Mexiko. Alles Länder, wo jetzt nicht unbedingt der Wohlstand auf dem Baum wächst und überall bei der Menschheit angekommen ist. Wenn Sie jetzt mal runtergehen und sagen, wo haben Sie einen halbwegs existenten generellen Wohlstand, zumindest für einen großen Teil der Bevölkerung, längst noch nicht für alle, dann landen Sie bei Singapur mit 2.255 Stunden. Das heißt, Sie haben hier eine Liste, wo man ganz klar sagen kann, dass zumindest Fragezeichen dahinter stehen. Also wenn wir jetzt mal sehen, Kambodscha, Myanmar, Singapur, Mexiko, alles Länder, wo man sagen kann, entweder ist es nicht generell der Wohlstand, der ausgebrochen ist. Vor allem sind es teilweise, bei Singapur haben wir keine echte Demokratie. Es gibt zwar abgewählte, es gibt zwar gewählte Abgeordnete. Und wenn ich jetzt sage, was ist mit China, 2.174. Jetzt werden einige natürlich sagen, ja, was ist denn mit Deutschland? Ja, Deutschland in der Tat steht hier jetzt nicht so gut da. Deutschland mit 1.353 Schlusslicht. Ganz, ganz unten. Und wenn es gesagt wird, ja, das merkt man ja auch. Es ist ja alles auf dem absteigenden Ast. Die Länder, die ganz unten stehen, denen geht es mit Sicherheit miserabel. Ich kann ja mal zeigen, welche Länder in der Liste hier ganz unten stehen. Ja, Deutschland steht also hier auf der Liste, die damals auch entsprechend erarbeitet wurde, auf der letzten Stelle vom Rang 66. Man kann das heute nicht bei allen Ländern eruieren, weil nicht alle Länder eine Festhaltung, eine statistische Erfassung der Arbeitsstunden haben. Ja, wenn wir jetzt die Liste ein Stück hoch gehen, ein bisschen mehr haben wir mit 1.400 in Dänemark. Danach kommt Norwegen, Niederlande, dann haben wir Island, Frankreich, Luxemburg und Belgien. Da kann man dann sagen, es sind jetzt durchaus nicht die Länder, die man erwartet hat. Übrigens auch in der Schweiz, die ja immer auch als sehr arbeitsam gelten, was sie auch sind, 1.598 Stunden, 1.589, Entschuldigung. Das heißt, um einen Kontext klar zu machen. Wenn Sie in Diskussionen einsteigen von, wir müssen mehr Stunden arbeiten und mehr Stunden heißen automatisch mehr Produktivität, dann sage ich Ihnen wirklich, und das sage ich wirklich ganz vorsichtig, dann machen Sie sich inhaltlich wirklich zu der Person im Raum, die keine Ahnung hat. Man kann über andere Dinge zum Beispiel sprechen. Es gibt zum Beispiel Statistiken, Statista Consumer Insights, wo geschaut wird, wie viele Leute haben in den letzten zwölf Monaten keine Krankheitstage entweder gehabt oder genommen. Da haben wir zum Beispiel Korea, 51% der Bevölkerung haben in den letzten zwölf Monaten keinen Krankheitstag gehabt. Japan mit 45. Kann man sagen, das ist das Zukunftsmodell. Schauen Sie sich mal die Raten an von psychischen Erkrankungen, schauen Sie sich die Raten von Suizid dort an, weniger schön. Wenn wir jetzt die ganze Flöte runtergehen, da werden Sie mich fragen, wo ist jetzt hier wieder Deutschland? Übrigens in Großbritannien sind es ungefähr ein Viertel, 27%, die USA mit 23%. Und Deutschland natürlich ziemlich weit unten auf der Liste hier mit 20%, also 80% der Personen, die arbeiten gehen, haben im letzten Jahr einen Krankheitstag genommen oder gehabt. Ja, und Australien übrigens, da sind es nur 14%, die keinen Krankheitstag genommen oder gehabt haben. Das ist dann im Endeffekt nur noch jede achte Person. Sieben von acht Personen im Raum, die arbeiten, haben einen Krankheitstag entweder gehabt oder genommen. Je nachdem, wie man es denn dann entsprechend auch sieht. Und deswegen müssen wir von einem in der Diskussion weg. Immer wenn gesagt wird, wir müssen aber im Wettbewerb mehr leisten, ja, das müssen wir. Aber diese uns nachgesagte oder in Deutschland uns nachgesagte Effizient-Weltmeisterschaft, wo wir immer noch ganz oben stehen, die gilt auch heute noch. Natürlich sieht man einige Dinge, die sich ändern. Ob das jetzt in zehn Jahren noch so ist, sei völlig dahingestellt. Aber Tatsache ist, man kann sagen, von der Effizienz liegen wir immer noch sehr, sehr gut. In anderen Bereichen natürlich kann man sagen, insbesondere in der Schweiz, gibt es Umgebungsvariablen, da werden mehr Stunden gearbeitet. Dafür gibt es auch deutlich höhere Gehälter, ein völlig anderes Gesellschaftssystem. Wenn wir uns aber anschauen, der untere Teil dieser Liste, dieser Liste von welches Land arbeitet, wie viele Stunden, sind Länder, denen es sehr, sehr gut geht. Meistens Länder, wo gesagt wird, die meisten Leute möchten schon eher dahin. Also einfach zu sagen, mit mehr Stunden leisten sie mehr, mit mehr Stunden kommen automatisch mehr raus, das ist faktisch nicht mal ungefähr haltbar. Wir müssen uns jetzt mal die Umstände angucken. Und zwar die Umstände, warum eventuell Menschen mehr oder weniger entsprechend leisten oder die Produktivität nicht so hoch ist, wie sie eventuell ist. Wenn Sie jetzt Mitarbeitende haben, ist eine Frage völlig berechtigt, was bieten Sie an Benefits? Also das heißt, reale Benefits für Mitarbeitende. Kein, Sie dürfen Jeans am Freitag tragen, Casual Friday oder ein Obstkorb, kostenlos Wasser oder Kaffee oder irgend so etwas von den Selbstverständlichkeiten, die längst im Bereich der Dinge angekommen sind, die man sowieso erwartet. Was bieten Sie dort? Was sind echte Benefits, die Sie bieten? Und ich weiß, dass jetzt sofort manche Leute ankommen werden mit, wissen Sie eigentlich, wie schwer unsere Marktposition ist und wir können doch nicht das. Interessiert keinen. Es ist kein relevanter Aspekt. Sie werden nicht Leute zu Höchstleistung motivieren, wenn Sie real nichts bieten, was ein Benefit ist. Und das geht direkt weiter. Was bieten Sie denn an Flexibilität? Örtlich können Leute jetzt nur vom Büro aus arbeiten oder auch von zu Hause oder von überall. Welche zeitlichen Flexibilitäten bieten Sie? Sind es eventuell Arbeitszeiten, die man irgendwann machen kann? Oder sagen die, na, wir haben schon eine Kernzeit? Oder sagen Sie, wir haben hier ganz klare Zeiten von X bis Y Uhr, sind alle da, am besten auch nur für Ort? Und dann, was bieten Sie Flexibilität? Eben auch persönlich. Das heißt also, was bieten Sie dort Menschen an Möglichkeiten, wenn zum Beispiel Menschen sagen, ich habe hier persönliche Aspekte in meinem Leben, die bei der Arbeit eine Erwähnung finden müssen, auch im Hinblick auf, wann ich arbeiten kann und wie. Wird das abgebildet oder nicht? Oder sagen Sie, das ist Privatsache, geht uns nichts an, kümmert uns auch nicht. Dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn Leute sagen, Dienst nach Plan ist das Maximum, das sogenannte Silent Quitting, Quiet Quitting, was wir bereits in Podcasts vorher besprochen haben. Nächster Punkt aber auch, was bieten Sie an Entwicklung an? Wenn Leute jetzt sagen, sie möchten weiterkommen, was bieten Sie da an Entwicklung an? Und ich meine an echter Entwicklung, wo Sie eine echte Investition vornehmen, nicht diese Dinge, wo Sie sagen, ja, wir würden jetzt Ihnen bei der Entwicklung helfen. Unterschreiben Sie bitte hier, dass Sie jahrelang zu unveränderten Konditionen sich hier zwangsverpflichten. Schriftstücke, die nicht nur Misstrauen kommunizieren, sondern vor allen Dingen auch nicht das Papier wert sind, auf dem Sie geschrieben stehen. Die Frage ist auch immer, warum lohnt sich Leistung bei Ihnen? Klar benennen, welche Aspekte, also kein nebulöses Gerede von, ja, Sie tun was für die Organisation, eine Stütze der Firma, ist alles Gesülze, alles Gerede. Und ein Danke, müssen wir auch ganz sagen, ist zwar schön, aber hat noch keine Miete jemals bezahlt. Ich muss ganz klar sagen, von meinen Arbeitgebern her, sowohl bei dem Pharmakonzern, als auch bei dem IT-Konzern, wo ich gearbeitet habe, ganz klare Belohnung von Leistung im Hinblick auf finanzielle Art. Wenn Leute jetzt gesagt haben, finanziell ist bei mir nicht so die Motivation, dann wäre es da schon ein bisschen schwieriger geworden. Das hat sich heute allerdings auch wieder geändert. Und eins in der Diskussion ist nicht relevant, nämlich die Verweise auf früher. Früher haben wir X, das Genörgel, die pauschalen Verurteilungen, die führen zu gar nichts. Sie müssen als arbeitgebende Organisation an sich arbeiten. Und ich kann Ihnen eins sagen, als ich die Statistiken gesehen habe, war ich auch überrascht. Denn ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Auch ich habe gesagt, eventuell mal ein paar Stunden mehr machen. Denn eins kann man ja immerhin sagen, eins kann man immerhin sagen. Wenn wir in Deutschland mit unter 1400 Stunden ganz am Ende von dieser Liste stehen, haben wir ja zumindest einen Vorteil. Wenn Leute sagen, mein Geld reicht nicht, dann ist noch jede Menge Luft nach oben, dass man ein paar Stunden mehr arbeiten kann, um diese Lücke zu schließen. Also die Flöte muss wirklich keiner aufmachen, zu sagen, ich arbeite mich schief und krumm und das Geld reicht nicht. Es ist tatsächlich so, wir haben hier ganz klar statistisch noch faktisch belegbar die Möglichkeit, mehr zu arbeiten. Dann bleibt auch mehr, dass die Abgabenstruktur in Deutschland eventuell nicht jedermanns Gusto entspricht. Das ist mit Sicherheit bekannt. Da gibt es verschiedenste Länder, die man dann in Erwägung ziehen kann, um eventuell auch dort zu arbeiten. Ziehen wir ein Fazit. Es war Prof. Dr. Volker Nürnberg, der bei einem wichtigen Treffen von arbeitgebenden Organisationen in seinem Vortrag gesagt hat, jede Firma hat den Krankenstand, den sie verdient. Schlechte Führung sorgt dafür, dass Leute öfter krank sind oder zumindest öfter Krankheitstage nehmen. Ich sage immer, jede Firma hat die Produktivität, die sie verdient. Natürlich können sie mit Prozessen eine ganze Menge rausholen, aber es gibt eine Sache und die gibt es jeden Morgen. Und das nennt Prof. Dr. Volker Nürnberg die Bettkantenentscheidung. Und diese Bettkantenentscheidung, dass Leute stehen morgens auf, sagen, nicht so gut geschlafen, eventuell auch ein bisschen verlegen, Nacken tut ein bisschen weh. Und dann sitzt man da, guckt nach draußen, es regnet vielleicht noch und dann kommt die Bettkantenentscheidung. Und wenn sie dann sagen, wir haben wirklich viel zu bieten, wir haben ein tolles Team, wir haben exzellente Führungskräfte, vor allem auch die exzellente Führungsarbeit leisten, dann sagen sie sich Leute, komm, ich will jetzt niemanden hängen lassen, ich werde jetzt losgehen, ich gehe jetzt zur Arbeit. Wenn sie aber dann sagen, ja, also bei uns, also Führungsausbildung machen wir gar nicht, Führungsseminare kennen wir gar nicht, Softskillseminare machen wir auch nicht, das ist alles Privatkram, das passt nicht zu uns, wir haben kein Geld dafür, die Flöte an Ausreden, die man dann normalerweise bekommt, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn die Leute sagen, ja, hier auf der Bettkantenentscheidung, wissen sie was, ist jetzt Mittwoch, immer mal frühes Wochenende, zwei Tage, dann Samstag, Sonntag ist ja dann, dann gehe ich halt Montag wieder hin, das passt dann schon, das wird schon okay sein. Diese Bettkantenentscheidung müssen sie für sich positiv gestalten. Ich möchte hier überhaupt nicht in Schutz nehmen, dass manche Leute manchmal keine Lust haben zu arbeiten. Die gibt es, das bestreitet niemand. Aber der Hauptpunkt ist, wenn wir das wissenschaftlich betrachten, die Produktivität hängt maßgeblich an den Umgebungsfaktoren, Führungsarbeit ist weiterhin der Nummer eins Grund und Anlass, warum Menschen Organisationen verlassen oder eventuell sagen, ich mache nur das Notwendigste und kein Handschlag mehr. Da haben sie jetzt ganz klare Möglichkeiten einzugreifen, ganz klare Möglichkeiten zu korrigieren und im Hinblick auf das, was sie bieten, haben sie jede Menge Möglichkeiten, auch in ihrem Geschäftsmodell zu schauen, was sind Dinge, die wir bieten, damit Mitarbeitende hier produktiver werden. Und dabei wünsche ich ihnen viel Erfolg. Und natürlich ist das jetzt ein Schlag ins Kontor für einige, denn wichtig ist einfach auch für die Diskussion, das Zahlenmaterial gibt die Faulheitsdiskussion nicht her. Das ist zwar ein gefühlter Punkt, der emotional viele triggert, nehme ich mich teilweise gar nicht aus, aber es bringt nichts zu sagen, wir machen hier einen emotionalen Punkt, während faktisch nichts für uns spricht. Da müssen wir jetzt schauen, wie geht es besser und Punkte wurden jetzt hier klar genannt. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, da habe ich was zu besprechen. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, nb at nb-networks.com. Ich schreibe nochmal die E-Mail-Adresse in die Shownotes von diesem Podcast. Da finden Sie auch meinen Link in. Lassen Sie uns gerne da entsprechend vernetzen. Da können Sie mir auch gerne Feedback zukommen lassen oder schreiben mir. Freue ich mich jederzeit hier auf spannende Gespräche. Vielen Dank auch für die Gespräche der letzten Woche. Das war alles sehr produktiv. Der nächste Punkt, den ich immer empfehle, ist, wir haben logischerweise auch Live-Sessions. Sie haben mittlerweile relativ regelmäßig, üblicherweise einmal im Monat. Wir haben auch noch mehr, deutlich mehr publiziert. Wenn Sie jetzt einmal gehen auf expert.nb-networks.com, da müssen Sie nur ein einziges Mal Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Dann bekommen Sie jeden Mittwochmorgen nur eine einzige E-Mail. Und zwar 100% Inhalt garantiert werbefrei. Da ist alles drin, wo Sie an Publikationen Zugriff haben. Sämtliche Quellen dazu. Alles, was Sie brauchen. Und logischerweise, das versteht sich von selbst, auch nochmal der entsprechende Punkt, dass Sie sagen können, hier sind die Live-Sessions, da ist der Zugang, das volle Programm, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, direkt einzusteigen. Der dritte und letzte Punkt aber ist der wichtigste, den ich jede Woche wieder empfehle. Anwenden, anwenden, anwenden von dem, was Sie gehört haben. Denn nur wenn Sie anwenden, was Sie gehört haben, werden Sie die positiven Aspekte und die Veränderung sehen, die Sie in Ihrer Organisation auch gerne haben möchte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg, wenn Sie da Hilfe brauchen. Ich helfe Ihnen jederzeit gerne, bin 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar und freue mich jederzeit von Ihnen zu hören. Und zum Schluss bleibt mir noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank.